Hallo, ich bin Jens, Produkttrainer bei Stihl. Als gelernter Forstwirt freue ich mich besonders, euch heute ein Produkt von Stihl vorstellen zu können, das die Forstarbeit smarter macht, den Gehörschutz Stihl Advance Procom. Den Advance Procom gibt es einmal in der Ausführung als Gehörschutzkapsel oder als Gehörschutzbügel, wie ich ihn hier in der Hand halte. Der smarte Gehörschutz ermöglicht eine Direktverbindung mit bis zu 16 Headsets gleichzeitig. Einschalten und loslegen. Sämtliche Procoms in der direkten Umgebung werden sofort erkannt und verbunden. Euer Vorteil? Ihr könnt direkt loslegen und euch mit euren Kolleginnen und Kollegen auf ganz natürliche Art und Weise unterhalten. Es ist eine intelligente Umgebungsgehörfunktion integriert und mit einem hohen SNR-Wert von 31 dämmt und schützt der Advance Procom zuverlässig vor lauten Geräuschen. Zudem verfügen die Gehörschutzkapseln über eine intelligente Dämpfung von Störgeräuschen. So könnt ihr im Team auch in lauter Umgebung effizient und komfortabel miteinander kommunizieren. Die Reichweite beträgt dabei bis zu 600 Meter zwischen zwei Geräten. Jede weitere Teilnehmer innerhalb der Gruppe kann die Reichweite des Gesamtsystems entsprechend erhöhen. Denn jedes Headset wirkt zusätzlich als Verstärker. Das kann zum Beispiel bei vier Geräten dann eine Reichweite bis zu 2,4 Kilometer betragen. Im dichten Waldbestand sind circa 180 Meter realisierbar. Das macht besonders Profi-Einsätze in der Forstwirtschaft, Baumpflege oder auch im Garten- und Landschaftsbau besonders effizient. Die Bedienung ist durch die intelligente Tastenbelegung super leicht. Die Advance Procoms Gehörschutzkapseln sind mit ergonomischen Tasten aufgestattet, die sich haptisch voneinander unterscheiden und die ihr auch mit Handschuhen zuverlässig bedienen könnt. Die intuitive Daumenbedienung ist sogar unter rauen Bedingungen sichergestellt, da Gehörschutzkapseln und Akku vor Feuchtigkeit geschützt sind. So steht auch Einsätzen bei Regen oder Nesseln nichts im Weg. Über Bluetooth verbindet ihr den Gehörschutz mit eurem Smartphone und könnt dadurch auch einfach Telefonanrufe annehmen oder Musik hören. Besonders smart ist die Verwendung der Stilholzlisten-App mit Spracheingabe. Das Handy bleibt während der Arbeit geschützt in der Tasche. Die Stilholzlisten-App ist die Lösung, um die Messdaten von liegendem Holz einfach digital zu erfassen. So können direkt nach den Fällen wichtige Informationen zu einem Stamm wie die Stammnummer, Baumart, Länge, Durchmesser und Güte ganz einfach digital festgehalten werden. Baumart Fichte, Stammnummer 33, Länge 9 Meter, Durchmesser 29 Zentimeter, Güte Klasse C. Die Festmeter werden mit der Stilholzlisten-App automatisch berechnet und die genaue GPS-Position des jeweiligen Stammes wird gespeichert. Das bietet euch einen Echtzeitüberblick über die geleistete Arbeit. Habt ihr die Holzliste-App schon mal selbst ausprobiert? Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.